Heute studen wir natürlich wieder Markus Wechsler von der Wechsler Consulting GmbH. Markus hat ein Business, wo es darum geht, für andere Dienstleister Vertrieb zu machen. Und da ist natürlich auch Vertrauen besonders wichtig, weil da steckt das Geld drin. Und genau darum geht es auch hier. Das heißt, wir haben zum einen schon viele Vertriebsszenen abgeschutet und zum anderen haben wir natürlich auch hier jetzt Shots gemacht, wo Markus als der Experte dargestellt wird, der halt eben auch ist.